Musik Guten Tag Leute und willkommen zu einem neuen Daily Vlog von mir Leute, heute habe ich was richtig Geiles geplant Und zwar, ich zeige euch heute die 10 Arten von YouTubern Und Leute, es wird einfach so witzig, zieht auf dieses Video bis zum Ende rein Es ist einfach so geil geworden Es hat auf jeden Fall total Spaß gemacht Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, welchen YouTuber ihr am besten fandet Übrigens hatte ich gestern mal ein Video, das Top-Ideen-Kommentar vergessen Dafür werde ich heute zwei Top-Ideen-Kommentare ausdrucken Einmal von einem 50. Daily Vlog und einmal von einem 51. Daily Vlog Eigentlich muss ich ja drei ausdrucken, weil ich ja heute auch noch eins ausdrucken muss Dann eben drei Top-Ideen-Kommentare Übrigens hat mir Laura bei diesem Video sehr viel geholfen Dafür möchte ich mich bei dir auf jeden Fall bedanken, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast Leute, ich wünsche euch einfach viel Spaß bei diesem 10 Arten-Video Und ja, let's go! Der Hyperaktive In Klammern, hey Moritz Ello Leute, ich bekomme es am Ende von Daily Vlog Der Schüchterne und ich weiß, was er sagen soll Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir Und ja, heute steht Guck mal Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir Ja, heute mache ich eine Challenge Und ja, ich mache die mit Laura Der Fake-Prank-Youtuber Isabel, ja Ähm, ich erschreibe dich gleich einfach Ja Mit dem Airhorn Ja Tu mir einfach so, als wenn du dich erschrocken warst Ja, okay, stimmt Hey, das ist voll der geile Prank Okay Ja, okay Okay, ja, let's go Okay Okay, tu so jetzt, wenn du zu schlafen Ja, mache ich Okay, okay Wow Oh mein Gott, Alter, Laura, dein Ernst? Aua, meine Ohren Alter, was geht bei dir? Boah, ich hab dich voll krass, das war mir Ja, mega Oh, ist das dein Ernst? Oh mein Gott Der möchte gern Musiker-Youtuber Stars And I'm a shadow part Tell me God a punch And I was sad to call From the Isles I'm a source Okay, reicht Der Gaming-Youtuber Hallo Ey, buh, dann muss los So eine Scheiße Der Abo und Like geiler YouTuber Okay, Leute, ich bedanke mich aber nur für die 100 Abonnenten, Leute Wenn ihr die 1000 Likes knackt, dann springe ich aus dem Fenster Und wenn wir dann noch die 1000 Auge erreichen, das wäre einfach nur lit Liked mein Video und abonniert mich, ist alles kostenlos und ja, wir knacken die 1000 Abonnenten Der YouTuber, von dem der Kameramann nicht filmen kann Okay, Leute, willkommen, äh, Laura, hier Und heute steht was richtig Geiles an Und zwar, ähm, heute fahr ich nämlich mit Laura in die, in die Trampolin-Halle Und ja, es wird auf jeden Fall mega nice Der Unmotivierte Ja, keine Ahnung, lasst ein Abo da und ein Like da und ich freu mich schon auf das nächste Video Es wird richtig geil, ich hab was, äh, richtig geiles geplant Laura ist natürlich auch wieder dabei, wie eigentlich in jedem Video, richtig, äh, cool Und ja, deswegen, ich würd sagen, wir sehen uns morgen wieder Ja, haut rein und ciao Der Tourner YouTuber Okay, Leute, und willkommen zu einem neuen Daily Video von mir Oh, jeden Fall, richtig, ich hab richtig Bock drauf Richtig geil und heute steht was richtig cooles an Und zu guter Letzt, die Beauty YouTuberin Halli, hallo, meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir Heute stelle ich euch das neue NYX-Produkt vor Das ist, äh, äh, Softmade Lip Cream Oh mein Gott, ich hab ja viel zu wenig Highlighter drauf Und noch viel mehr Ja, scheiße Ist immer noch viel zu wenig Perfekt Spaß Oh mein Gott, Leute, das Video haben wir jetzt fertig gedreht Es sieht einfach nur so schlimm aus Aber ich würd sagen, wir kommen jetzt zu den Top Ideen Kommentaren Let's go Okay, hier sind die drei Top Ideen Kommentare Und du bist voll cool und machst coole Videos Dankeschön 157 Likes Von CandyTV Videoidee Kira und Flash treffen sich 42 Likes Und von DJ Relax Videoidee Deine Zuschauer senden dir ein selber gedrehtes Video zu Das Video darf nicht länger als 20 Sekunden gehen Und du reagierst drauf 133 Likes Übrigens hab ich grad mein Gesicht gewaschen, also nicht wundern Diese Videoidee hab ich tatsächlich gestern gemacht Und ja, danke auf jeden Fall für diese Videoidee Hiermit würde ich sagen, Leute, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst uns gerne ein Abo da Und wer da ein Teil von der Etsy Miami Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einfach ein Like da Das Video hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht Auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns morgen wieder Haut rein Und tschau